Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig-Gemeinsam-Durch-Ermittelt-The Witcher 3. Genau, denn wir haben hier gerade Sherlock und Geralt. Wir haben einen Tatort angelangt. Und hier scheint etwas nicht ganz... ...torscher zu sein. Erstmal plündern wir sämtliche... Äh, ich meine, wir stellen sämtliche Beweis nicht sicher. Blumen? Blumen sind Beweis bitte. Das Eisnest. Blumen sind Beweis bitte. Interessant. Ich sollte einen Blick nach oben nehmen. Es wurde alles mit... ...verschlungen vom Sumpf. Na! Was soll das denn? Was ist denn da? Sie... Entschuld... Entschuldigen Sie, Sir! Oh. Warte, er kauft man nicht einen Bogen aus seinem Rücken? Vielleicht er kauft man etwas mit diesem... Ich dachte, wir hätten schon... Du, erst mal die Schachtel noch bin. Ja, er... Er trugen da. Ja. Er trugen Sie. Sie stören gerade Ermittlungsarbeiten. Könnten Sie bitte weggehen. Weil, was dulden wir hier nicht? Also echt mal, was sollen das? Oh, das ist schon so cool. Das hat einen Hirn. So. Dafür haben wir jetzt Ihr Hirn mitgenommen. Da haben Sie es nicht mehr von. Ich glaube, das Pferd kann es auch noch untersuchen. Da, es ist die Schachtel. Ja. Er schlossener Schachtel. Tja. Tja. Er sagte doch, dass es alles mit Haar und Fuh verschlungen wurde. Warum sind denn Pfeile da drin? Ich glaube, das ist ein Fall für CSI Geras. Wow! Ding, 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 ding. Er weiß, vielleicht ist er bei den neuen Steinungsmöglichkeiten, die ich runtergeladen habe. Auch. Auch. Auch eine Sonnenbrille bei. Die Horatio. Den Nachnamen wollen vergessen. Keine Ahnung. Die Horatio. Der wieder aus CSI Miami. Äh, ich werde plötzlich jetzt aus keinem bestimmten Grund umstellen. Er ist nur reine, äh... Ich möchte halt dann meines Weges ziehen. Genau, genau. Wir wollen den schnell abhauen, wenn wir ihn gleich schuldig geben haben. Weil wir glauben natürlich, dass er vollkommen unschuldig ist. Oh, Mann. Wir sehen uns auch was voll aus. Na, habe ich, äh... Durchaus. Yeah, found your priceless chest. And someone who looks an awful lot like a cart driver with an arrow through his neck. No dryads in these swamps. And never known a drowner or a water hack to use a bow. So lacking any other suspects, I'm guessing. Watch out! Behind you! There's nothing behind me. I'm a witcher. I'd have heard it. Just like I can hear your heart. Which is pounding. Like a liar's. Best hope you're a better writer than you are a liar. Where? Ah, this scene is so geil! Schon damals, wo wir uns überquels angeguckt haben, müssten wir auch beide. Ja, das ist so cool. Hier halt ist ein Charisma-Bolzen-Sondergang. Aber dieses Schau hinter dir, da ist niemand, ich bin ein Hexter, ich hätte es gehört. verfolgungsjagd wird graut und den übeltäter schnappen dem mörder jetzt ist ein schnelles schnippel und nein der wagen jetzt noch mal schnell nein zu stellen so lange nicht wie beim autos schatten einfach plötzlich das schwinden ist alles gut wir haben immer kürung segelmühle sehr schön oh gott ja ja komm 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 ich bin ein knüppel ist es sogar realistisch dass man ihn nicht einfach aufgeschnitten hat wir haben mehr bart oder ja der wächst doch dynamisch cool aber es fällt mir gerade zum ersten auf dass wirklich wirklich mehr bart ist so ist noch gealtert weiß gar nicht da liegt er gut in dem feld wake up see can't run for us back now who are you and why do you attack private first-class john gamer temerian 6th division 2nd regiment disbanded but still active underground in the woods that was a medical transport I'd be damned if it reached the black ones and the medicine our lads could use it too we've many ill among us you let me go and they might live and fight once moore for a free north ja da sind wir bei dem punkt stimmig gar da sind die invasoren aber er hat uns ganz schön geleimt ja aber ich überlege gerade also wir sind ja eigentlich haben wir nicht gar nicht nur wie was am gut ja wir sind zwar theoretisch neutral aber sie sind ja eigentlich aufgewachsen im norden also eigentlich wenn überhaupt und wir haben ja auch im zweiten teil einen könig der norden dient ja wir sind ja also wenn wenn wir auf einer seite stehen ja neutral aber wenn wir auf einer seite werden wenn er erst wie nord und dazu kommt noch muss bedenken die sind im untergrund das heißt also die haben wir haben nicht gerade die möglichkeit man stattfindig abotheke zu rennen werden die nilfgader die haben so viel verstärkung ich glaube die können sich jederzeit neue medikamente holen oder warum trägst du ein zu stocken naja noch ist es gleich auf mal schauen noch uns gleich auch wir haben gerade wieder willkommen bei other city hoffentlich hört ihr uns immer noch ähm normal na gut es ist gleich auf wir hoffen mal wir hoffen mal 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 komm 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 also ich sag mal so ich finde es ist gut deiner argumentation zuzuhören und habe deshalb nicht immer im zwischendrin eingeworfen dass ich auch dazu kann gehen gehen zu lassen na gut dann gut gehen dann fährt nämlich 30 kronen das wird jetzt wieder einbekommen und ist noch gleich auf irgendwie kann mein laptop überhaupt nicht damit klarkommen wenn im hintergrund das antivirprogramm irgendwie anfängt und was zu tun oder so da ist der völlig wenn ich überfordert mit so so da und aber ich komme erst mal zu deiner linke da nehme ich da das da muss grüchen drauf ist das ist perfekt ja der dunkel ist wir haben gerade mal wenn wir nicht mal mit das regnet ihm strömen eine städte schon wieder lauter feine meide oder können wir wieder können dann die bevölkerungsleute wieder zurückkommt ist sehr schön schön ja ich kann mal sagen der garnison gehen ob denn irgendwie sowas kommt die von den garten haben auch so spürt unsere länge und ja geil oder die sonne langen durch und leichten scheinen der sonne gehören die menschen zurück ach so gefahr gebannt die bevölkerung zurückkehrt 90er fangen hallo junge netter junge netter junge schon mal da ganz wunderschön immer mit einem kleinen dick bleiben zu sein ein händler was ich schön finde ist dass der jetzt darauf reagiert hat dass wir sie gerettet haben weil bei der letzten war es ja so wir retten sie von monstern go away naja und wir so komm klar hey kaufmann hallo ph mit meinem stock hat so schön baden etwas besonderes anscheinend nur ein bisschen früchtezeugen aber wir können dir was verkaufen du hast 160 kronen die können wir durchaus nötig haben das war nicht schwer da wieder weg ne ja ich meine aber da gibt uns aber einen ganz guten preis dafür eigentlich 433 erneut uns auch hier der zwerg hat uns für alles 5 oder 6 gegeben aber ich glaube so viel was gibt denn das 81 er will ich aber erstmal bevor das verkaufen was wir sie zerlegen können in silber weiter mit silber fang hat mir ist aber nur 8 wert aber das da ich glaube es ist eine kette mit edelstein bestimmt wenn man schon noch mehr raus holen vielleicht kann er weg hier ziehen haut ja man kann halt aus allem niger machen niger leder ja aber wir haben ja eigentlich schon so viel und 25 sogar 100 sagt kann man es bei den zweiten stein leisten feld eines weißen wolfs 811 aber von dem wolf feld haben wir haben 14 stück als ganz ein paar verkaufen nicht von denen den anderen er hat gar nicht so viel gold mehr er hat nur 37 also kannst du von den wolfsfällen kannst du noch ja vier stück hat er schon ausgerüstet danke händler vielen dank herr händler für ihr geld und dafür dass uns ein bisschen last abnehmen ähm auf den locher ja haben die doch im norden gerne machen stimmt ein Kind wäre noch sonst irgendwas und gleich nehmen wir so ein Loch nutzen die dabei ist mit ja damit müssen die jetzt leben dass wir hier ach guck mal da geht er so gleich wieder an den säge arbeiten kein Problem machen wir wieder gerne das ist doch wenn sie übersetzt ist hey well met ausgezeichnet naja das ist schön ist die betrug schon? ah ne die ruf genau gut gut danke vielleicht schön so in der hütte da noch drin wir wollten müssen was ich aber nicht aber was ist denn was du was mit einer schnur aber warum nicht so aber quatsch hallo auch die freien ja alle ja und greetings hallo greetings hallo greetings oh das ist ein erwesen das nehmen wir mal für euch mit das solltet ihr nicht essen habt ihr hier noch Nägel auch nicht meteoriten erd und silberwaren meteoriten erd fasziniert dich jedes Mal aufs Neue ne ja das liest du jedes Mal so meteoriten erd ja weil ich mir das cool ist vorstellen wir ein Schwert kräften können aus meteoriten barren oder meteoritenstahl oder eisen oder irgend so was ja Minecraft was ist euer diamantenschwert ja wir haben ein meteoriten schwert also die spielten schlamm guck dir das an ihre hände die hat so oder sind es nur handschuhe ja das sind handschuhe ich dachte sie hat schlammige händchen sie hat schlammige händchen das sind keine händchen ja aber trotzdem super ja allein wie viel leben in diesem kleinen der schmeißt heu auf die kinder hauptsache weg mit dem neu wohin ist eigentlich egal so da rechts dieses Kräuterkundler naja gut das ist dann die zweite mission ne glaub ich oder ja wir müssen da zwei sachen machen also kann man das auch machen aber sie sind da oder nee die sitzen da hin zurückgekehrt ne da waren wir noch nicht glaubt bei dem holz aber ich glaub naja aber ich glaub da war ja wohl kein Zeichen achso weil wir es noch nicht entdeckt hatten das war nur noch nicht da lauf Gerard lauf Hase 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 Blümchen nein ich bin so keine Kundin Blümchen ich hab nicht mal exkündigt nimm die Blümchen ich will Blümchen ja ja so Frau Keiner Kundin vielen Dank für ihre Kräuter es ist sehr schön na komm ja Kräuter Kräuter sind schön Kräuter 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 Kräuterern die brauchen sie nicht erneut Kräuter 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 es wächst nach ne stimmt heute kann es auch was abfüllen oder korrekt oder schätze raus dass er in der wache sind sie jetzt die fenster mit folgarten zu klüren ok kunderin und an wo doch schon die gabe was haben sie hier haben sie den patienten patienten davon haben die erzählt lena wurde vom greif angefallen und ist jetzt bei der kräuter kunderin haben wir in der taverne gehört stimmt ok na dann ja kein wunder dass wir sie in der stadt nicht gefunden haben wir kommen rein erzähl mir was von dir so ist das do you know the temple of melita ley in alanda do i know it can't remember how many times i've been there how many times mother nenekka stitched me up we must have missed each other i started to become a healer under mother nenekka hmm i was but 18 when they took me in an age at which teaching was interest one far less than love there was a boy goes left he'd bare his chest to work the novices couldn't keep their eyes off him tripped over their own feet drop things i i left the temple for him we passed a lovely summer together and then he left schnangen wir zusammen back my parents had not a word gave me a travel cloak in a small coin pouch i struggled long to find a place where i feel safe needed until i finally arrived here end of story ja gut gelaufen mich aber wirklich gut so hi erzähl mir was von dir ok gut meine lebensgeschichte alles hat angefangen damals vor 18 jahren sagen wir er hat das axi zeichen angewendet wir haben sich bemerkt ok hat der greifen hier die frau namens claire geil für am brunnen cool listen ever heard of a woman named claire lived around here heard of a mild way to put it claire was a friend the only person dear to me in all of white orchard until her husband volker quarreled with the lord of the manor he then gathered the family moved out into the woods to start a new settlement the lord and his retinue rode there to convince them to return they were to be civil no forcing no bloodshed but you saw word is claire said something about the lord's son florian something that made the lord furious but who knows the truth lots of misfortune for such a small village to sell in every village even the smallest we need only ask but let's not end on a teary note here a bit of solace thank you thank you what have we got a crown ring a crown thank you oh for that four times by peter cool good woman great and eight berberon eight rots six h flicks and good woman she has the bow this woman she's a hit one she's a really good boy she's a huge fan 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 Wundern zu heilen, aber sie wird sterben. Blut in der Skull. Nichts, was meine Brüse tun kann, um zu helfen. Witchers-Potionen sind nicht für Menschen. Sie wird sterben, wie es ist. Ja, eine friedliche Tod, die von deinen Konkoktionen entschuldigt. Wenn ich sie eine Bewelle geben und etwas falsch geht, wird die ganze Stadt hören. Ich verstehe. Gehe, wie du willst. Ich weiß, was sie hat. Dann müssen wir diese schwierige Entscheidung treffen. Ich würde sagen, wir geben sie uns. Ich sage, sie stimmt. Naja, sie stimmt oder so. Hast du auch gehört? Ja, ja, aber ich sage, sie stimmt dadurch qualvoll. Naja, aber so hat sie eine Chance. Wenn wir irgendwann noch mal das brauchen, dann... Boah, der ja alles. Egal, was wir brauchen, wir hatten. Das ist ein ganz oben, was natürlich jemals. Herausgerissen sollte Troll-Absud. Beides 70. Ich muss sagen, das Erscheinungs-Absud. Und was ist ganz links? Nein, nein, nein. Ähm... Ach, das ist auch für irgendwas. Okay. Schnell Alkohol. Ja, ja. Also praktisch. So kann man halt wirklich, wenn man irgendwas herstellen will oder muss, direkt bei ihr das machen und kann sofort Kräuter kaufen. Aber ich sage mal so, wenn sie einen starken Körper und Willen hat, dann könnte sie es überleben. Ich überlebe gerade noch, wenn ich das entscheide. Ich glaube, wir müssen sie jetzt nochmal ansprechen. Ja? Ja? Ach, da. Ja, ja. Es killen es. Ich würde... Ja, ja, wie gesagt, es stirbt so oder so. Und ich bin immer so der Meinung, auch wenn es vielleicht schmerzhafter dann ist, aber... Die Chance, dass sie überlebt, besteht. Ja. Auch wenn es nur eine Prozesse ist. Auch wenn der Nadescreen ganz ziemlich eindeutig gesagt hat, das ist für Menschen tödlich. Ja, ja, ja. Wer weiß. Wer weiß. Du bist immer besser als nichts zu tun. Ich mag dich, Witcher. Hier. Ein kleines Geschenk. Ich will eine Scheisse. Ich will eine Scheisse. Ich will einen Scheisse. Süß. Danke. Wow. Tja. 350 Erfahrungsboote. Also, später nochmal wiederkommen und gucken, ob sie überlebt oder nicht. aber sollte mich von ihr eigentlich auch was mit polstern machen wenn ich dann haben wir noch einen anderen kräuter kunde das ist aber eine schicke und vor euch noch weitere äußerungen treffen gegensteuerten schweiß und schweiß und blut hat sich gut an ein schleier hängt zwischen der welt die die menschen sehen können und die sie nicht sehen können diese schleier verhindert dass die toten die leben sehen und die leben in die toten einige magier sind in der lage den schleier zu durchbrechen und den toten zu sprechen oder sie für kunst halten die welt der sonne zu rufen ist der kunst der nekonti die toten können die schleier ebenfalls durchbrechen und die welt der lebenden eigenständig betreten weil anders als nekromanden sind sie dabei nicht von verstand und willen getrieben sondern von einem gedankenlosen irrationalen bedürfnis dieses bedürfnis wird durch starke emotionen hervorgerufen wie bedauernd sehnsucht oder zorn sehr häufig werden diese emotionen durch materielle gegenstände geschürt die den toten gehörten als sie noch lebten die häufigsten dieser objekte ehringe lieblingsgegenstände oder das objekt mit denen das verbrechen begangen wurde das die toten in die andere welt schickte also noch mal so und zu informationen für die erscheinungen et cetera ist jetzt eigentlich aus dieser sache mit florian der quest geworden aber auch interessant jetzt wissen wenigstens warum sie gestorben sind naja irgendwas über diesen den den sohn des des landherrn anscheinend müssen wir wirklich zuerst mit dem jäger reden bevor das mit dem kreuz machen machen ja dann ja auch ein test mal was dann nehmen sie wohl schöne dame die wirklich schön und sie kann sich schön nach vorne wollen eine schöne hose an ja ja und beim nächsten mal werden wir dann ja erst mal wahrscheinlich noch hier diese frage zeichen es sind nur noch 22 22 freige zeichen angehen und die allein ich habe dann geht es zur bestie von weißgarten genau und dann kannst du mal umgucken ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal aus rahmen und euren autoren schau